Sie haben den Kabuto. Wir werden also nicht nur Schwedders Helm zurückbringen, sondern auch noch ein paar Panzer knacken. Das Leben meint es gut mit uns. Die dürfen den Helm nicht bekommen. Hier, fang den Helm, Donnie! Ich befürchte, wir haben etwas, das wir brauchen. Ein gutes Theo. Ich hab ihn! Barsch! Hey, pass auf, Barschill! Oh, Barschill. Genau den Namen hätte ich ihm auch gegeben. Da hat der Kerl zigtausend Augen und zielt trotzdem wie ein Blinder. Nein! Nicht, 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 nicht Nickelodeon!